Platz zu verlassen, dann werden sie durchsucht. So, wir sind jetzt auf der gegenüberliegenden Fahrbahn und hier sitzt jetzt eine ganze Reihe mit Polizisten, die jetzt hier irgendwie eine Maßnahme vorhaben. So, wir sind jetzt hier auf der Seite gekommen, das Ganze, dass 3.000 weggehen, oder ob wir Ich habe keine Fahrzeuge, wie oft denn noch? Ich habe gesagt, ich habe ein Fahrzeug hier und ich habe gesagt, es ist zu Fuß hier. Ich habe gesagt, es ist zu Fuß hier.